Gut, ihr habt alle erledigt. Dazu habt ihr 22 Sekunden gebraucht. Dafür bekommt ihr 2 Punkte. Wuii! Ja, ist im Stimmbruch deswegen der Wechsel. Hallo Schatz. Reden. Hallo. Ich bin für die Warenausgabe zuständig. Wenn ihr eure auf dem Jahrmarkt gesammelten Punkte umtauschen wollt, dann könnt ihr das hier tun. Hier ist unsere Punktekarte. Okay, ihr habt 7 Punkte. Und das hab ich zum Tauschen. Langweilig. Langweilig. Ja klar, 110 Punkte. Wie lange soll man denn hier spielen? Speicherstein, 125 Punkte. Ist klar. Antiker Vampirring, 500 Punkte. Ihr habt doch nicht mal alle Latten am Zaun. Wie viel Geld soll man dir hier denn lassen? Das ist doch nicht mehr normal. Verdammt. Ja. Hol das Gold. Ja, wir haben eine. Ja, ich möchte auch 50 Vila ausgeben, falls ich denn noch welche habe. Eins. Hol das Gold. Oh no. Oh Gott. Oh Gott. Das ist Pac-Man. Oh Gott. Pac-Man. Ah. Pac-Man. Nein. Nicht verfolgen. Hm. Schade. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Nein, es wird kein nächstes Mal geben. Oh. Karten. Karten spielen. Oder Würfel? Hallo. Hier ist das Atom. Würfel. Alles klar. Ah. Ja. Worauf? Okay. Ich fange da mal an. Mein erster Wurf. Äh. Gut. Ich habe eine 10 gewürfelt. Glaubt ihr, ihr würfelt eine Höre oder eine niedrige Höre? Eine höhere. Elf. Fick dich. Schade, ihr habt falsch geraten. Deswegen ziehe ich euch einen Spielpunkt ab. Jetzt habt ihr minus ein Spielpunkt. Mein zweiter Wurf. Drei. Höher. Höher. Sieben. Hahaha. Ja. Kannst mal sehen. Äh. Mein dritter Wurf. Äh. Eine neun. Niedriger. Niedriger. Drei. Was? Oh. Ja. Ist klar. Du alter Cheater. Hast gecheatet. Eine niedrigere. Neun. Neun. Ja. Hui. Null. Wow. Toll. Eine vier. Wir schaffen eine höhere. Sechs. Zehn. Ja. Ist auch in Ordnung. Wow. Na. Mach eine zwölf. Dann. Äh. Sieben. Na. Wir machen eine niedrigere. Niedrigere. Als natürlich eine. Ha. War ja klar. Oh. Oh. Ja. Ja. Bla. Bla. Ah. Niedriger. Und jetzt sind zwölf. War? Na. Zwölf. Oh. Doch nicht. Oh. Ich kriege einen Spielpunkt. Niedriger. Geh. Na. Wow. Ich hab zwei Spielpunkte. Uhuhu. Ähm. Eine niedrigere. Wie wenn nicht? Oh. Ja. Natürlich. Wäre ja auch zu schön gewesen. Äh. Eine niedrigere. Niedrigere. Ah. Ich komme nicht über zwei Spielpunkte hinaus. Habe ich das Gefühl. Ich habe jetzt auch nicht darauf erst. Egal. Sowieso random. Drei Spielpunkte. Mein zwölfter. Wie viele, äh. Würfe hat der Mann? Niedrige. Näh. Näh. Niedrigere. Ja. Selbstverständlich. What are the odds? Höher. Zwei. Na. Drei. Wow. Ohohohoho. Äh. Habt einen neun gewürfelt. Äh. Niedriger. Ja. War klar. Mhm. Mhm. Ist klar. Selbstverständlich. Höher natürlich. Und jetzt habe ich eine zwei. Eine acht. Wow. Ich komme doch über drei, äh. Zwei hinaus. Drei. Niedriger. Ja. 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 Jetzt habt ihr zwei. Ne. Ach. Wie viele Würfe macht denn der? 20? Hätte ich mir mal durchgelesen, was er zu sagen hat. Niedriger. Und wenn nicht, dann bringe ich euch alle um. Juhu. Ach. Höher natürlich. Drei. Ne. Drei. Oder zehn. Uh. Haha. Viel. Vier Spielpunkte. Äh. Wie spannend. Äh. Äh. Höher. Und niedriger natürlich. Nutze zwei. Zwei. Ne. Vier. Aber trotzdem. Aber ja klar. Und der zwanzigste. Ich habe eine fünf Gewürfel. Eine höhere. Natürlich niedriger. Oh. Wieder ein. Na. Oh. Wow. Vier. Oh. Geht das noch irgendwann zu Ende hier? Ich habe eine fünf Gewürfel. Ich habe keine Ahnung. Fünf. Machen wir eine höhere. Und jetzt vier. Drei. Zwei. Äh. Zwei. War ja klar. Ja. Ist klar. Random. Eine elf. Eine niedrigere natürlich. Und eine höhere. Doch nicht. Ui. Äh. Oh Gott. Zu viele Würfel. Zu. Viele. Würfel. Gut. Ich habe eine sieben Gewürfel. Glaubt ihr. Würfel deine höhere oder nie. Ja. Höre. Ja. War klar. Ja. Klub. Ja. Ich. Ich mache es einfach mal. Höre. Höre. Zwei. Ne. Gar nicht. Ui. Ich habe richtig geraten. Und dann dieser Wurf. Äh. Höre. Zwei. Äh. War klar. Hallo. Willst du mal aufhören zu werfen? Alter. Eine höhere. Äh. Äh. Ich schlaf hier gleich ein. Einhöre. Drei. Zwei. Ui. Oh. Fünf. Fünf Spielpunkte. Ja. Gut. Ja. Fünf. 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 Ah ja. Cool. Das Ziel des Spiels ist es also fünf Spielpunkte zu ergattern. Wie spannend. Oh Gott. Schnappt den bösen Kerl. Ja. Wir haben einen. Ich möchte es mal ausprobieren. Und so. Ne. Dann macht euch bereit. Oh no. Oh da ist er. Oh da ist er. Oh crap. Die Steuerung ist kacke. Was mache ich nur? Ei. Oi. 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 Aha. Böser Kerl. Böser Kerl. Steuerung. Ja. Ja. Gelder. Fuck you. Alter. Das ist echt total für den Arsch. Ich versuche das jetzt mal äh. La la la. Bock. Eee. 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 Na das geht auch nicht besser mit dem Steuerkreuz. Ich meine mit dem Keyword. Ha. Ha. Oder ich bin einfach zu grobmotorisch. Eee. 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 Hey. Hehehe. Hey. Hehehe. Ich bring nicht rum. Nein. 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 Ah. 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 Ich hab irgendein Skalheim 6-Pointer in diesem Skalheim. Komm gleich. Ja. Fick dich doch. Geh weg. Ah. Ich fluche viel zu viel. Woran liegt das? Finde gut. Was ist das denn für ein Laden hier? Verwalterin beim Abendrücken. Oh mein Gott. Hallo. Wollt ihr vielleicht beim Abendrücken mitmachen? Wenn ihr gewinnt. Wenn ihr gewinnt, gibt's viele Punkte. Ihr braucht aber eine Punktekarte. Hm. Klar. Los geht's. Das macht dann 30 Fila. Hier bitte. Gegen wen wollt ihr antreten? Hm. Ich probiere Carlos. Na dann nimm auf dem linken Stuhl Platz. Lalalalalala. Ah. Was auch immer das bedeuten soll. Gott Carlos. Siehst du scheiße aus. Achtung. 3, 2, 1. Los. Ja. Und nu? Ich hab keine Ahnung was das bedeuten soll. Ist das Button Mashing oder was? Button Mashing kann ich ganz gut. Ich habe nämlich einen von Haus aus sehr starken Tatter. Halte Tremor. Intentionstremor. Von daher mache ich mir da überhaupt gar keine Gedanken. Wobei jetzt schon mein Daumen ein bisschen lahm wird. Ist schon sehr langweilig. Oh nein, ich verliere. Oh Gott. Oh Gott, ich verliere. Kann ich das auch so machen? Das ist ja noch einfacher. Auf Enter drücken ist es noch einfacher als auf dem Abi. Das erinnert mich jetzt irgendwie an so ein altes PC-Spiel. So ein Winter-Olympiadespiel auf dem PC. Verdammt. Ja, wow, nicht schlecht. Ja, cool. Was habe ich jetzt gewonnen und so? Sehen, ich will jetzt mal den anderen ausprobieren. Ja, ja, bla, blub, blub, blub. Ja, wow, eine Punktekarte. Ja, ja. Ja, ja, bla, bla, bla. Ich will den stärksten da. Ohne, na, da ist der Lenkstuhplatz. Ja, los, komm. Das schaffen wir auch. Das schaffen wir. Achtung, 3, 2, 1. Los. Ja, komm, das ist Pille-Palle. Ich mach' einfach immer im Takt mit. Oh, mein Keyboard rutscht weg. Ah, ist das spannend. Nicht. Ja, irgendwann haben wir es auch noch mal geschafft. Möglicherweise noch dieses Jahr. Wir haben ja auch noch ein paar Monate. Neun an der Zahl. Das erste Quartal ist fast beendet. Malek's, ey, was hast du dir bei dem Scheiß-Spiel gedacht? Soll das wirklich Spaß machen? Ah, mein Arm wird lahm. Darf man ihn wegen Körperverletzung anklagen? Nein, kann man nicht. Man muss es ja nicht spielen. Hätte er darauf hinweisen müssen, dass eventuell Keyboard-Schäden entstehen können dabei? Oh, diese Spannung. Ich kann sie kaum aushalten. Was? Ich habe verloren. Wirklich unglaublich. Ich schreibe euch volle 15 Punkte auf die Karte. Boah, ey. Cool. Da bin ich ja jetzt voll reich und so. Habe ich aber auch verdient bei meinem Gedrücke. Also, muss ich ja sagen. Was ist hier? Ich will da durch. Reden. Hallo. Such die Perle. Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn? Ja, immer eine Punkte-Karte. 50 Kilometer. Ja, worauf? Welche Stufe? Mal zwei. Pass jetzt auf. Los geht's. Also, ich habe die Perle gefunden. Dafür kommt die zwei Punkte. Wow. Mal gucken, was wir uns jetzt leisten können. Stimmt total viel Tolles. Rom, rom, rom. Nein, bin ich ja gar nicht richtig. Doch, bin ich wohl. Ah, meine Nase juckt. Ah. Ähm. Reden. Hallo. Ich bin für die Warten. Ja, wir wissen das doch. Ja. Ah. Mehr. Heiltrank. Hm. Wenn man überlegt, ist das ja total unverhältnismäßig, ne? So ein Zeug. Ja, ich nehme einen Flammentrank. Ich habe aber auch keinen Plan, was das ist, aber. Was ist denn ein Flammentrank? Vielleicht kann uns das ja weiterhelfen, irgendwie. Äh. Wo ist er denn? Ah, da. Verbrennt den Gegner. Toll. Ohohoho. Ah. Naja, was soll's. Ich glaube, das, äh. Das reicht mir dann jetzt auch erstmal. Ne? Schiff! Nein! What the fuck? Ähm. Wie ging das nochmal? Äh. Angriff, Räuber. Ja, machen wir mal so. Wir greifen an. Oh nein! Jetzt greif doch an. Dankeschön. Angriff! Alle auf den Räuber. Ja. Macht den fertig. Den linken Räuber. Oh nein! Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Aska! Herrgott nochmal. Ich glaube, es hackt. Äh. Fähigkeit. Feuerball. Nein, in klarer Sicht. Äh. Äh, sag mal. Äh, äh, äh. Guck mal. Feuerball. Ja. Wusch! Es fängt langsam an, mir wehzutun, das Reden. Hallo. Ich glaube, es hakt. Sind aber noch alle relativ gut dabei, von daher, scheiß auf. Ähm. Angriff, nein, Fähigkeit. Äh, Lichtstrahl. Der da. Fah-de-blah-de. Feuerball. Der da. Und mach einen Abgang, mein lieber Räuberfreund. Jetzt aber spätestens nicht, oder? Ja, danke schön. Jetzt bist du auch überhaupt keine Bedrohung mehr. Ähm, Kampf. Äh. Äh. Ne, jetzt wirst du, du wirst so. Du machst jetzt so den Abgang. Oh, na. Lass das. Okay, äh. Na, 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 na. Ja, ja. Auf gelähmte Gegner kannst du, äh, äh, losgehen, ne? Aber, ne? Ähm. Der macht jetzt einen Abgang. Siehst du? Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. Schwache Seele halten. Oh, was? Oh, allein. Meine Güte. Hallo? Was? Ich fliehe jetzt. Ja, ja, bla. Ist mir doch völlig egal, ob ich in Schande fliehe oder nicht. Ähm. Moment. Das war nicht meine Absicht. Ne, doch. War schon meine Absicht. Äh, nein. Äh. Fähigkeit. Da. Da. Hier. Äh. Blutheilung. Ähm. Für ihn hier. Für sich selber natürlich auch. Und für Elaine ebenso. Und dann, äh, muss ich zugeben, dass ich mit dem Reden gerade Probleme habe. Aufgrund meiner Erkältung oder was auch immer das ist. Ähm. Es fängt an weh zu tun. Deshalb muss ich jetzt mal hier sagen, ähm. Ich speichere und sage bis zum nächsten Mal. Bevor ich ja jetzt anfange loszuhusten. Äh. Wo haben wir den Kristall? Ne, den benutze ich jetzt noch nicht. Äh, denn, ne. Doch, ich benutze den. Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ich benutze die Speichersteine. Aber das wäre ja Quatsch. Deswegen. Äh. Speicherkristall. Speicherkristall. Blutheilung fließen. Aus welchem Leib auch immer. Ja, genau. Ähm. Und ich speichere hier. Spielstand 1. Und damit sage ich bis zum nächsten Mal, ihr lieben Leute. Ich hoffe, das wird nicht allzu lange dauern. Mal sehen. Könnte lange dauern. Wenn es länger dauert, dann wisst ihr, dass es nicht, äh, daran liegt, dass ich... Nicht speichern kann, sondern dass ich anderweitig verhindert bin. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.